Also mein Name ist Melanie Kornhaas, ich bin hier die Geschäftsführerin der Kurgesellschaft hier in Bad Sulzer und eine nette Berufsbezeichnung ist Kurdirektorin. Wir betreiben hier im Ort zum Beispiel das Gradierwerk, wo wir uns gerade befinden. Wir haben eine wunderschöne Trinkhalle direkt im Ort, wir haben den Kurpark, wir haben wunderbare Sohlequellen, die wir hier nutzen und die einfach die Gäste ja für sich auch mit nutzen können, um gesund zu werden, um Freude zu haben, um Spaß zu haben und einfach Bad Sulzer zu genießen. Bei uns kann man Sohle inhalieren und man kann Sohle trinken. Das wirkt dann sehr positiv auf den Magen-Darm-Bereich, wenn man Magenverstümmel hat. Ein weiterer positiver Aspekt der Sohle ist das Baden in Sohle. Wir sind Thüringens einzige Kur- und Weinstadt und im Kurbereich sind wir schon lange unterwegs und haben da vielfältige Angebote.